Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Einen wunderschönen guten Tag hier beim Tele-Stammtisch. Und zwar habe ich ein paar wunderbare News. Und zwar gibt es in der Antarktis absolut keine Spinnen. Und es gibt vegetarische Spinnen in Costa Rica. Habt ihr also Angst, dann solltet ihr nach Costa Rica ziehen oder in die Antarktis. Denn wir besprechen heute den Film Vermin oder Infested oder bei uns zu finden unter einfach nur Spiders. Das mache ich zusammen mit Rino. Grüß dich. Hallo. Immer gutes Zeichen, wenn ein Film drei verschiedene Titel hat. Und der deutsche Titel auch ein englischer Titel ist. Ja, richtig. Bei dem anscheinend niemand an Suchmaschinen gedacht hat. Absolut nicht. Das ist unser Thema. Ich bin Till, bevor ich das vergesse. Und die Spinde, von der ich gesprochen habe, ist die Bagheera Kiplingi. Habe ich vorhin gleich nochmal gegoogelt. Die ernährt sich ausschließlich vegetarisch und lebt in Symbiose mit der Ameise auf dem Akazienbaum. Ach okay, das ist aber die Costa Rica Spinne, nicht die aus dem Film, oder? Das ist die Costa Rica Spinne, genau. Und die hat es nicht in den Film geschafft. Und deswegen sind die Spinnen leider doch gefährlich geworden. Und der Film Spiders, der kommt am 21. November raus bei uns. Ich habe den tatsächlich schon im Kino hier bei uns in Deutschland gesehen auf der Horrornacht in Wolfsburg. Und da war es tatsächlich die Deutschland-Premiere. Da hat sich der Ashen, heißt der, der das alles macht, sich den Film geschnappt. Auf Deutsch auch? Du wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich habe die Originalversion auf Französisch gesehen. Wäre wahrscheinlich noch ein bisschen schicker gewesen, aber das ist halb so wild. Man lernt viel, das kann ich dir sagen. Definitiv. Der Regisseur ist, ich glaube, Sebastian oder Sebastian. Ich weiß nicht, weil der Nachname ist Wannitschek. Es ist aber mit einem Apostroph im Vornamen. Und das ist ein französischer Film. Keine Ahnung. Sebastian Wannitschek, würde ich einfach mal so sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja, genau. Ist sein erster Langfilm. Allerdings ist er bald verantwortlich für ein Evil Dead-Fortsetzung oder Spin-Off, weil Sam Raimi auf ihn aufmerksam geworden ist. Genau, Untitled Evil Dead-Spin-Off, so ist es gelistet. Okay. Da freue ich mich ein bisschen drauf, weil inszenatorisch hat Spiders hier und dadurch wirklich ganz coole Sachen gemacht. Also wenn er noch ein bisschen mehr aus sich rauskitzeln kann, der Regisseur, könnte das durchaus interessant werden. Aber bevor wir hier einmal komplett reinstarten, was bietet der Film? Worum geht's? Ist ziemlich schnell erzählt im Prinzip. Unser Hauptcharakter Caleb, gespielt von Theo Christine. Viele von den Schauspielern werden wahrscheinlich nur französischen Connoisseurs bekannt sein. Theo Christine, habe ich gesehen, war im Gran Turismo-Film anscheinend. Den habe ich nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie groß die Rolle da ist. Hier spielt er allerdings die Hauptrolle und spielt einen jungen Mann, der in einem Pariser Vorort lebt, da sich so ein bisschen durchs Leben kämpft. Und der lebt in so einem großen, na so ein Wohn-Apartment-Haus, worüber wir vielleicht auch noch gleich schnell reden können, wie das aussieht. Jedenfalls, der wohnt da in diesem Haus, wo alles so ein bisschen drüber geht, so ein bisschen abgerannt ist es, so ein bisschen Chaos. Und er hat Bekanntschaft mit Händler, der so ein bisschen alles vertickt. Und da fällt ihm im Hinterzimmer eine Spinne auf, die er interessant findet und dann gleich mitnimmt. Er handelt nämlich gleichzeitig, handelt er auch mit Schuhen und vertickt die überall. Wo die herkommen, ist so ein bisschen fragwürdig. Jedenfalls sehen wir dann, in seiner Wohnung hat er ganz viele Terrarien und Aquarien. Zwar keine Spinnen bisher, sondern nur Sechsbeiner und Keinbeiner mitfischen. Aber da will er dann diese Spinne unterbringen. Allerdings haut ihm die dann ab und von da aus läuft das dann im Prinzip von selbst. Andere Figuren, die noch dabei sind, sind seine Schwester, Freunde von ihm, die dann ebenfalls in diesem Haus, erst in seiner Wohnung, sich aufhalten. Ja, und dann fängt das natürlich an, sich langsam zu verteilen. Und erst langsam und dann ein bisschen schneller. Und dann wird aus einer Spinne auch relativ ein paar mehr, würde ich jetzt so sagen. Das stimmt. Das stimmt. Du hast den Film ja ziemlich frisch geguckt. Deutlich frischer als ich zumindest. Hast du einfach gesagt, okay, Spinnenhorror gucke ich mir an oder hast du dir auch einen Trailer angeguckt? Hattest du Erwartungen oder bist du einfach blind rein? Nö, ich bin einfach blind rein. Ich dachte, okay, geil, Spinnenhorror. Schon länger nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, was man halt in diesem Jahr 2024 mit Spinnenhorror macht. Vor allem, wenn es aus Frankreich kommt. Ich habe das Gefühl, dass da der Ansatz dann vielleicht ein bisschen anderer ist, als wenn das jetzt ein amerikanischer kleiner Horrorfilm gewesen wäre. Deswegen schon mal interessant. Einfach durch die Herkunft. Und also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, es hat sich durchaus gelohnt. Ja, ich habe vorher, dieses Jahr, habe ich auch noch Sting gesehen. Auch ein Spinnen, in Anführungsstrichen Horrorfilm, der sich eher so als Familientragödie herausgestellt hat mit Spinne dann. Das war, den fand ich ein bisschen besser als den hier. Den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der letzte Insektenhorrorfilm war, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, auch immer auf dem Fantasy-Film-Face gelaufen mit Lance Hendrickson, wo es um die Killer-Wespen geht. Vielleicht weißt du, wovon ich rede. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Killer-Wespen? Ich dachte, der hieß auch, ja, ich dachte, der hieß auch irgendwas. Stung, genau. Nicht Sting, sondern Stung. Ja, mein Stung, das ist das Cover mit dem Auge und dem Stachel. Ja, richtig. Genau, den haben wir tatsächlich vor ein paar Monaten bei den Movie Cannibals, also hier unser kleiner Spin-off vom Tele-Stammtisch besprochen, als wir so ein bisschen Creature-Feature besprochen haben. Ja, den fanden wir auch alle ziemlich cool, weil es, ja, es ist ja eher Body-Horror-Creature-Feature, das haben wir ja hier nicht. Hast du eine der großen Spinnenfilme der Filmgeschichte geguckt, so Arachnophobia, Mörderspinnen, A Wreck-Attack ist ja auch so, mögen ja viele gerne oder, ja, Sting hatte ich schon gesagt. Und es gibt natürlich auch noch Tarantula von 55. Hast du Spinnenfilme-Erfahrung? Tatsächlich nicht so extrem. Ich hatte noch überlegt, ob ich mir vorher noch Arachnophobia reinziehe, so als gesunde Basis im Prinzip, aber ich habe es dann nicht mehr geschafft, deswegen im Prinzip ganz frisch. Ich glaube, der letzte, den ich irgendwann gesehen habe, war Eight-Leged Freaks, den gab es ja auch noch. Oh ja, stimmt. Das war aber auch eine andere Nummer, als was uns hier kredenzt wird. Ja, also nicht super Spinnen-Profi, wie schaut es bei dir aus? Ja, ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe tatsächlich Arachnophobia nicht gesehen und Mörderspinnen auch nicht, aber den Rest ja und auch Tarantula, den hatte ich ganz lange hier auf VHS rumstehen, auf Schwarz-Weiß, ist jetzt leider gewichen, weil es einfach ein Staubfresser ist. A Wreck-Attack habe ich im Kino gesehen 2002, den fand ich damals cool, habe ich nie wieder gesehen, aber mein Gott. Aber an sich finde ich, ich mag Spinnen, ich habe keine Angst vor Spinnen oder so, aber der Film. Ja, das ist so ein bisschen der Aufhänger hierfür. Hat man Angst vor Spinnen oder nicht? Ja, ja, richtig. Bei mir ist es auch, ich finde jetzt nicht, also ich habe keine Phobie, ich finde die jetzt auch nicht so mega super glimm, ich finde die jetzt aber auch nicht, also es macht mir auch nicht gar nichts aus. So ist es nicht, also irgendwie so in einer gesunden Mitte und das hat bei mir dazu geführt, dass ich eigentlich sehr viel Spaß hatte an den Spinnen-Szenen im Film. Also ich fand die nicht horrormäßig, sondern einfach so, oh Gott, was geht hier gerade ab? Und musste dann viel daran denken, wie das für Leute sein muss, die halt da nicht so glücklich sind mit, weiß ich nicht. Kennst du Arachnophoben? Würdest du denen den Film empfehlen? Vielleicht als Schocktherapie, als radikale Akzeptanz, dass es nun mal diese Tiere gibt. Und wir haben, also an alle, die Schiss vor Spinnen haben, im Durchschnitt, im weltweiten Durchschnitt, und wir sind natürlich hier naturwissenschaftlich, Biologie, wir klären alles auf, im Durchschnitt leben weltweit 131 Spinnen pro Quadratmeter. Das sind unfassbar viele. Und wir sind nie auch, wir sind nie mehr als drei Meter von der nächsten Spinne entfernt. Es gibt auch diesen wunderbaren, genau, es gibt doch auch diesen wunderbaren Webcomic von wegen, im Schlaf kriechen dir im Durchschnitt pro Nacht sieben Spinnen ins offene Maul. Das ist zum Glück nicht korrekt. Nein, 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 das ist so schlimm. So schlimm ist es nicht, aber daran muss ich auch viel denken dabei. Ja, allerdings ist das, und ja, wir kommen gleich zum Film, aber wir haben, meiner Frau ist das passiert. Die ist tatsächlich, der ist tatsächlich eine Spinne in den Mund gekrabbelt, ja. Und nun hat sie tatsächlich mehr Schiss vor den Tieren als vorher und das muss unfassbar eklig gewesen sein. Ah, okay. Aber hey, besser sie als ich. Also von daher. Ja, der Film. Also, ganz kurz, ich fand den Anfang ganz interessant, vor allem, weil er, ja, das ist ja alles nicht so ganz koscher, ne, so ganz gerade ist der Typ nicht. Nee, niemand ist so ganz gerade. Genau, absolut nicht. Das fand ich sehr sympathisch. Ja, genau. Und du sagtest ja schon im Vergleich zu USA, das merkt man schon, dass das Setting auf einem gewissen Level vielleicht ein bisschen geerdeter ist. Das können Franzosen ja ganz gut. Und wenn es dann so richtig losgeht, dann entwickelt der Film sich erstmal ganz gut, weil ich finde, es gibt dann eine Szene im Badezimmer, die ist großartig, also die fand ich wirklich mega stark. Highlight des Films. Absolut, absolut. Er ist beklemmend gewesen, die Kamera ist wirklich nah am Geschehen und zeigt dir auch, okay, du bist gerade mittendrin, du hast auch diese in der Dusche eingesperrte, du bist diese in der Dusche eingesperrte Person und das war richtig cool inszeniert und daran sollte er sich für seinen Evil Dead Film orientieren, also diese beklemmende Stimmung und dann kann das was werden. Das war richtig gut und hinten raus wurde mir es ein bisschen zu läppsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Teile ich die Einschätzung. Ich muss auch sagen, ich fand dieses ganze Setup in dem Haus, fand ich super interessant, weil eben jeder hat irgendwie so ein bisschen, also die sind so eine Familie in diesem Haus irgendwie. Also natürlich geht es auch um Familie in dem Film, weil Bruder, Schwester und dann die Beziehung zu seinem besten Freund, die er da hat, da ist viel Zwischenmenschliches noch irgendwie mit drin, was ich finde, was nicht zu sehr untergeht, was auch immer ein bisschen mitschwingt, das fand ich gut. Aber auch dieses ganze Haus, in dem dieser Ausbruch stattfindet, da wird gezeigt, weil die eine Mama oben bald auszieht oder so, schmeißt sie nochmal eine Feier und das ganze Haus ist quasi eingeladen und da gibt es immer so ein bisschen Spannung, also da geht man auch nicht zimperlich um miteinander, aber ich glaube, wenn es dann halt ans Eingemachte geht, dann halten die alle zusammen. Und sobald das erste Opfer gefordert wird, dann gibt es so einen Lockdown, da merkt man auch, dass das ein Post-Covid-Film ist, da hatte ich viel dran denken müssen, da wird erstmal dieses Haus halt abgeschottet und keiner darf raus und da werden dann auch Rettungsversuche gemacht, die mir sehr gut gefallen haben. Und was ich auch gut finde an den Charakteren eben, die haben halt ihre Schwächen, wie auch Caleb selber, eben der dealt zwar nicht mit Drogen und der hält da auch seine anderen Freunde irgendwie von ab irgendwie, aber der merkt ja, dass er schuld ist an der ganzen Sache und wie er darauf reagiert, fand ich halt auch sehr menschlich und sehr nachvollziehbar. Aber der gibt das dann erstmal nicht zu, aber irgendwie wissen es halt alle, vor allem wenn er dann versucht, da unter seiner Tür so noch so ein Handtuch ranzumachen, weil er weiß, ihm ist seine blöde Spinne abgehauen und er weiß nicht, wo sie ist und findet sie nicht. Sagt aber nein, nein, alles gut, da ist nix und alle sehen, wie er da das Handtuch vormacht. Ja, und mit der Schuld, die trägt er dann auch mit sich rum und das fand ich sehr glaubwürdig eigentlich die ganze Zeit über. Also auch schauspielerisch gibt es von meiner Seite echt wenig zu meckern. Ja, das stimmt, das würde ich auch sagen. Also ich bin nicht so ganz, was heißt, du bist ja auch nicht begeistert, aber du fandest den ein bisschen besser als ich. Na, ich hab ein bisschen Kritik, da komm ich gleich noch zu. Ja, ja, genau. Weil jetzt einfach die erste Hälfte oder sagen wir die ersten zwei Drittel oder so, fand ich wirklich, fand ich wirklich sehr gut gemacht. So, das hat mir auch Spaß gemacht und das ist, also wenn ich mir so, wie hab ich ja eben schon gesagt, ich glaube und gerade Raimi ist ja mit im Boot, die könnten da einen guten Evil Dead, ich hänge mich immer, ich liebe halt Evil Dead von 2013, deswegen bringe ich immer wieder dahin und der ist es glaube ich in ganz guten Händen, wenn er sich so ein bisschen auch noch an die Producer hält. In dem Fall, das hat mir auch gut gefallen, gerade auch so wie die untereinander, miteinander umgehen, das war, die war nicht mega drüber, aber man konnte aber dann auch nicht so connecten, aber man hat trotzdem gemerkt, okay, die leben aber trotzdem einfach in unserer Welt, das sind nicht irgendwelche, die leben nicht in ihrer Villa in Beverly Hills und haben da Spinnen, sondern das ist einfach so ein Betonblock da und das könnte in Anführungsstrichen jeden treffen. Ähm, das fand ich auch ganz gut, ja. Ja, okay, du hast Kritik. Wenn ich wundere, wenn ich wundere, ähm, was hat dich gestört? Ein bisschen. Ich hab schon gesagt, auch hinten raus hat's mir auch nicht mehr so gut gefallen. Ja, das Problem ist ein bisschen, also er hat diese Badezimmerszene, in dieser Badezimmerszene hat er auch einen sehr wirkungsvollen Shot, finde ich, so eine Aufnahme auf so ein schwarzes Lüftungsloch in der Wand und da kommen dann die Viecher raus, im Prinzip ohne Ende. Dieser Film hat, im Prinzip hat er so einen Spinnendispenser, das ist so eine kleine Maschine, da kommen die Spinnen raus und er hat zwei Regler. Das ist Anzahl Spinnen und Größe der Spinnen und beide Regler kannst du nur in eine Richtung drehen und das macht der Film halt konstant. Und er hat aber dabei so ein bisschen nur diesen einen Trick. Diese Szene wiederholt sich relativ oft und wenn man dann auch mal erwartet, dass jetzt vielleicht ein bisschen was anderes kommt, dann lässt er einen ein Böschen hängen gegen Ende. Also es ist nicht nur das, aber ja und mit Anzahl und Größe der Spinnen, der Witz ist auch, dass sie immer größer werden und immer mehr. Und während man das halt am Anfang noch mit echten Tieren machen kann, was sie auch gemacht haben anscheinend, während sie dann später, wird das CGI dann doch eher sichtlich. Das habe ich am Anfang, als ich da saß, noch gedacht, ey, das ist echt ziemlich gelungen. Und das ist größtenteils sehr überzeugend. Gegen hinten, wenn man zu doll darauf achtet, sieht man es dann doch durchaus. Da ist auch die Animation nicht immer so, ne, die bewegen sich dann manchmal ein bisschen komisch und dann fällt halt auch die Illusion ein bisschen ab. Und mir fehlt dann auch irgendwie am Ende nochmal, sie versuchen es irgendwie, ich glaube, das ist nicht den Ideen oder der Kreativität geschuldet, sondern einfach dem Budget. Da gibt es einfach Sachen, die kann man halt für das Budget wahrscheinlich nicht mehr machen und deswegen hat es dann auch gefehlt, aber man merkt es halt irgendwie schon. Also es gibt ein Finale, das ist jetzt aber, haut jetzt nicht wirklich vom Hocker. Ja, das würde ich so, also im Endeffekt hast du alles gesagt, was ich noch angesprochen hätte, gerade auch CGI wollte ich nochmal eingehen, dass es hinten raus tatsächlich, ja, wird es größer, wird es mehr, wird es auch heller, je nachdem fällt es natürlich mehr auf. Und das ist, wie gesagt, du hast es auch schon gesagt, es ist nun mal schwierig, wenn man keine 50 Millionen für CGI hat, ja, was soll man machen? Es ginge wahrscheinlich ein bisschen besser, aber man muss ja immer abwägen, weil nur Practical kannst du halt auch einfach, kannst ja keine Massen oder keine Geschwindigkeit erzeugen. Deswegen ist CGI absolut okay, ja, nächstes Mal vielleicht 50.000 mehr reinstecken. Ja, 50.000 mehr Spinnen reinstecken. Genau, und mit auch Euro. Ein bisschen das Problem ist halt auch, dass ich persönlich finde, die Spinnen sind am effektivsten durch Quantität und nicht durch Größe. Also wenn die dann gegen Ende größer werden, dann finde ich die, ich persönlich, das ist mein Ding, finde ich die auch nicht mehr ganz so bedrohlich wie am Anfang, wenn da halt aus diesem Schuh 100.000 so diese kleinen frisch geborenen Babys rauskommen. Das finde ich am ekligsten und das verliert der Gegenende halt, weil die immer größer werden und dann hast du natürlich größere Spinnen, aber die finde ich halt, die wuseln nicht mehr ganz so und das Wuselige ist halt das Geile da dran. Und das macht er, am Anfang macht er das echt exzellent, also wirklich, wirklich gut und wenn er denn wenigstens noch, weiß ich nicht, halt nochmal einen richtig guten Trick gehabt hätte oder so oder wenn er jetzt, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt einfach ein bisschen verwöhnt worden sind die letzten Monate oder Jahre und sich die Geschmäcker ein bisschen verschoben haben, was auch die Gewaltdarstellung angeht. Und da ist er auch eher ein bisschen zahmer als anderes, muss man auch sagen. Also es gibt wenig, weiß ich nicht, ich hätte dann da gedacht, dann mach doch da nochmal ein bisschen was. Also er deutet dann auch mehr an, als dass er wirklich zeigt. Ich finde in dem Fall hätte er das hier und da durchaus auch machen dürfen. Ja, gerade hinten raus, wenn es nicht mehr wuselt, sondern die größer sind, dann hätten die, ja so ein, zwei Shots hätten ja schon gereicht, dass du einfach mal siehst, was die wirklich von vorne bis hin anstellen, genau, was die anstellen, anrichten können. Das wäre, das wäre cool gewesen. Und das Gewusel fand ich auch. Also ich finde, wenn, wenn wir uns nicht in einem Setting befinden wie Harry Potter oder Herr der Ringe, dann sind tatsächlich Wuselspinnen, kleine, viele Spinnen, viel, viel gruseliger. Ich meine, so eine Riesenspinne wie in Herr der Ringe uns zum Beispiel, ja, das ist halt Fantasy, sowas gibt es nicht. Und in dem Film wäre das auch in die Richtung abgedriftet, wenn plötzlich so eine Megaspinne aufgetaucht wäre. Ja. Und deswegen, es ist einfach Insekten und auch Spinnentiere, da muss sich hier keiner was vorhalten kann. Wir wissen natürlich, dass das keine Insekten sind, sind ja, haben ja acht Beine. Und wenn man, wenn ich jetzt so daran denke, wenn Indiana Jones vor einer großen Heuschrecke stehen würde, wäre das halt scheiße. Wenn er aber in einem Haufen steht, wie Tempel des Todes zum Beispiel, das zieht. Oder diese ganzen ekligen Schlangen aus Teil 1 oder so, das ist halt einfach, ja, die kommen über Masse einfach viel, viel geiler rüber. Das ist einfach so. Ja. Ja. Ja, von daher fast ein bisschen schade. Ich würde trotzdem, ich würde den trotzdem empfehlen. Also ich war mir, ich war erst in der ersten Hälfte, war ich eigentlich überzeugt, dass das so ein kleiner Kultklassiker werden wird, vor allem im Spinnen-Genre. Aber jetzt am Ende, ha, ich bin nicht mehr ganz so überzeugt, er kriegt die Landung nicht so ganz super sauber hin. Ich würde, ich würde trotzdem, ich würde ihn trotzdem empfehlen. Also nur der Anfang lohnt sich. Ich finde die Figuren, immerhin die Charaktere, die ziehen sich durch den ganzen Film recht konsequent durch. Es wird ein bisschen, einmal ein bisschen sentimental gegen Ende. Aber auch so Sachen wie, da merkt man dann auch, dass das kein amerikanischer Film ist. Also sobald einer von der Kerngruppe halt dann verloren geht und zurückgelassen werden muss, ne, mit allen Implikationen, die das hat, dann sieht man auch, wie das einschlägt in der Truppe. Also das ist so, dass sie halt dann, ah, wir müssen weiter und weiter geht's und keiner verliert mehr ein Wort darüber oder denkt dran. Nee, das nimmt die halt richtig mit und das gibt eine Szene dafür und das merkt man auch total. Und von dem Faktor her, da ist er konsequent und das zieht er auch bis am Ende wirklich gut durch. Und was das angeht, landet er auch echt stabil auf beiden Füßen, aber auf den Achtbeinen halt nicht mehr ganz so viel. Ja, das ist eigentlich ein gutes, eine gute metaphorische Abschlussrede zu dem Film, das würde ich auch so sagen, ja. Ja, also wenn du nichts mehr hast und du hast das gerade ganz gut irgendwie abgerundet, hast du noch was? Nö, ne? Nö, mein Fazit ist im Prinzip, ich freue mich auf Evil Dead von Sebastian. Ich bin froh, dass er da landet. Ich finde, das könnte sehr gut funktionieren. Also genau, der Film eher Evil Dead als Sony Spider-Verse auf jeden Fall. Ja, alles klar. Ja, das ist auch nicht so schwer. Also dann können wir festhalten, der Film ist besser als Madame Web. Definitiv. Hat auch keine Pepsi-Werbung und dann würde ich sagen, Nee, nicht, dass ich wüsste. Dann würde ich sagen, dass ihr uns am besten für noch mehr Spinnfakten einmal auf dem Discord besucht und überall da, wo es Likes gibt, findet ihr uns sowieso. Das sagen wir euch mehr als genug. Und dann sage ich vielen Dank für die Aufnahme deinerseits. Es war mir ein kurzes, krabbeliges Vergnügen und dir gebührt die letzte Ehre. Ich sag tschüss. Ich würde mich auch einfach verabschieden und wenn ihr Kommentare habt, lasst sie da auf dem Kanal eurer Wahl und bis bald. Danke euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.